Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute sind einige Bomben gedroppt, über die ich euch in dem ersten Video heute, im zweiten versprochenen Morgen einmal informieren möchte. Das allererste, und das wird einige von euch ziemlich treffen, mich auch, das gesamte Projekt SM Square ist mit dem heutigen Morgen offiziell beendet, und zwar innerhalb von einem Brief. Activision hat über diverse Rechtsanwaltskanzleien die letzten zwei Jahre im Hintergrund eine Klage gegen SM Square vorbereitet und hat gesehen, das wurde auch Charlie Intel und Dexterto und diesem Vogel, der Modern Warzone, diesen Twitter-Account führt, auch denen so berichtet, dass man keine Einwände hat gegen das Projekt SM Square. SM Square hat davon gewusst, die sieben Entwickler, weil alles basierend war auf der alten MW2-Engine, auf der kein Patentrecht mehr drauf war. Activision hat das Ganze also als überhaupt gar kein Problem gesehen. Jetzt, vor zwei oder drei Wochen, haben die sieben Entwickler um SM Square, dem COD-Projekt sozusagen, mitgeteilt, dass sie mit der alten Engine an die Grenzen des Machbaren stoßen und deswegen auf die neue MWR-Engine, nicht Modern Warfare 2022, sondern Modern Warfare Remastered-Engine zugreifen und das ganze Projekt darauf basierend verbessern, aufbauen und releasen wollen. Activision hat in dem Moment selbstverständlich sofort mitbekommen, dass wir hier von einer Engine sprechen, auf der immer noch das Patentrecht gilt für Activision, Activision Blizzard und die Studios und hat in einem Abmahnungsschreiben heute, was heute zugestellt wurde, die Entwickler von SM Square mit sofortiger Wirkung dazu aufgefordert, an diesem Projekt weiterzuarbeiten, und die Leute von SM Square haben dann etwas dazu gesagt, das zeige ich euch einmal. Das sind drei der Entwickler, SES, JTEC und BlueGhost, Simon ist da auch noch, der ist jetzt gerade offline. Today, a team member received a keys and deceased letter on behalf of Activision Publishing in relation to the SM Square Project. We are complying with this order and shutting down all operations permanently. Thank you all for your support over the past two years. Der Discord ist offiziell noch da, das hier sind alles Nachrichten des heutigen Tages, also es ist gefühlt, als wenn die gesamte Welt gerade zusammenbricht, deswegen. Es gibt kein neues Projekt mehr, was das angeht. Warum Activision das gemacht hat, hat ganz viele einfache Gründe. A, sie können's. Hinter SM Square sitzen sieben Entwickler mit einem winzigen, winzigen, winzigen Budget, aber ganz viel Herz und Leidenschaft für die Spieler dieser Franchise. B, hinter Activision sitzen hunderte bezahlte Rechtsanwälte, ganze Kanzleien, die nur Activision vertreten, gegen Cheat-Software-Hersteller, gegen Copyright-Infractions, gegen alles Mögliche. Activision hat mit Sicherheit gesehen, welches Potenzial dieses Fan-Projekt hat, und hat sich jetzt basierend darauf, dass SM Square sich dazu entschieden hat, eine neuere Engine zu nehmen, gesagt, hier haben wir die Möglichkeit gefunden, alles, was die zwei Jahre lang erarbeitet haben, werden wir ab sofort beenden. Und bevor irgendwelche Couch-Potatoes von euch, die schon vor Jahren wussten, dass das ja alles gar nichts werden kann, die noch nie eine Uni von innen gesehen haben, und die aber genau wussten, wie die Rechtslage in den USA und weltweit ist, spart euch die Kommentare. Das ist traurig für alle und vor allen Dingen für die sieben Entwickler, die zwei Jahre lang im Prinzip etwas Besseres gemacht haben, als ein milliardenschweres Unternehmen über Jahre mit Hunderten und Tausenden von Entwicklern. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass Activision das als Chance sieht, als Chance, passionierte und vor allen Dingen fähige Entwickler in ihr Boot zu holen, damit sie mit Call of Duty eine Basis haben und die hätte man wunderbar in Entwicklerstudios mit integrieren können, man hätte die sieben fragen können, man hätte sie unter Vertrag nehmen können. Die haben bewiesen, dass sie ohne die finanziellen Möglichkeiten, die Activision hat, ein besseres Produkt zaubern können, basierend auf uralten Daten, mit denen wir alle nichts anfangen können. Stattdessen hat Activision sich aber aktiv dafür entschieden zu sagen, nein, hier ist vorbei und natürlich wissen die Jungs und Mädels auch, dass sie gegen die Rechtsgewalt, die dahinter Activision Blizzard steht, keine Chance haben, also gar keine. Da gibt es auch keinen, kann man ja heimlich machen und den Source Code leaken oder sowas, sondern das Projekt ist vorbei, es ist beendet. Es wird kein SM Square geben. Weder das noch irgendwas, was auch nur annähernd in die Richtung gehen könnte. Was passiert jetzt mit Plutonium und X-Labs? Ihr wisst es ja oder auch nicht, ihr könnt zum Beispiel BO2 und sowas auf Nuketown spielen über Plutonium-Server. Tatsächlich ist es so, dass Activision hat verlauten lassen, dass man sich auch das aktuell anguckt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Entwickler, die hinter Plutonium stecken, da kennen wir nicht so gut aus, wer genau das ist, ebenfalls in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten einen Brief zugestellt bekommen, der den relativ deutlich macht. Also entweder hört ihr sofort auf, diesen Service zu betreiben oder das war es für euch. Ein zweiter Grund, warum Activision damit so einfach durchkam, ist folgendes. Man darf ein existierendes Patent übernehmen und auch so ein Code und auch so ein Game sozusagen, solange man es dann anders vertreibt und nicht auf Gewinn auszielt. Das heißt, keine Einnahmen generiert. Das wäre eine Option gewesen, vielleicht, ich bin kein Rechtsanwalt, auch ich habe zumindest keinen Jura-Raum im Studium von innen gesehen. Wäre eine Möglichkeit gewesen, aber anders als es am Anfang seitens SM Square hieß, ist es so, dass sie ganz am Anfang mal sagten, kauft euch das Originale, Activision wird supported, MB2 auf dem PC, basierend darauf wird unser Mod sein. Jetzt haben die Jungs und Mädels von SM Square aber vor sechs Wochen angekündigt, dass man Modern Warfare 2 auf dem PC über Steam nicht kaufen braucht und das gesamte Game sozusagen einständig funktionieren wird. Das wird dann, selbst wenn es umsonst gewesen wäre, was sie angekündigt haben, wäre schon Grund genug auch wieder, dass Activision die Rechtslage auf ihrer Seite hat. Das heißt, rechtlich betrachtet sagt auch jeder, ja, ist richtig, sie können das, sie dürfen das. Moralisch betrachtet haben sie sieben sehr motivierte, sehr talentierte junge Entwickler, denen so ein Game wie Call of Duty als Franchise so am Herz liegt wie vielen von uns, im Prinzip zwei Jahre lang alles an Zeit und Ressourcen aufwenden lassen, nur um auf diesen einen Moment zu warten, wo sie zuschlagen können. Das ist unterste Schublade, es ist absolut lächerlich, es ist unglaublich, dass sieben Entwickler ohne Geld in zwei Jahren ein besseres Produkt herstellen, als die letzten fünf COD-Produkte mit 3000 Entwicklern und 5 Milliarden Umsatz insgesamt geschafft haben. Das ist aber Scamtevision oder Faktivision oder ihr könnt es nennen wie ihr wollt. Hat mich ziemlich getroffen, ich finde es schade, ich hatte regen Austausch mit denen, das, was uns gezeigt wurde, sah wirklich cool aus, ich hätte mega Bock gehabt, das zu spielen, das einfach ein bisschen Nostalgie zu erleben, ich fand dieses Projekt genial, ich fand die Kommunikation gut. Eigentlich alles das, was ich seit fünf Jahren an Activision kritisiere, haben die Jungs und Mädels einfach von Anfang an einfach richtig gemacht, weil sie ähnlich ticken wie einer, ist aber vorbei. Dazu kamen zwei andere Sachen, die werde ich hier nur einmal ganz kurz anschneiden im Video, Leute, da werdet ihr aber separate Videos zu bekommen. Das erste, und da muss ich überlegen, ob ich das separat nochmal verpacke, Overwatch 2 wurde ja im Prinzip sogar mit 40 Euro vermarktet für die PvE-Erfahrung. Der gesamte Grund, den Activision genannt hat für Overwatch 2 war, dass man eben auf PvE gehen möchte, dass man da ein Feature mit dazu haben will. Das wurde stillschweigend gecancelt, wird es in Overwatch 2 nicht geben, wenn ihr 40 Euro bezahlt habt, habt ihr es jetzt im Prinzip für gar nichts bezahlt. Herzlichen Glückwunsch. Das ist vielleicht mal ein separates Thema, da muss ich mich ein bisschen einlesen, ich bin kein Fachmann bei Overwatch, ich habe es nur heute mitbekommen. Das zweite, und das wird euch mit Sicherheit morgen auch gefallen, wenn ihr Bundles kauft im COD-Shop, kann es sein, dass ihr mehr für das Bundle zahlt, als ich für das Bundle zahlen würde. Und es kann sein, dass euer Kumpel nebenan weniger zahlt, als ihr und trotzdem mehr als ich. Warum? Heute wurde festgestellt, dass Activision verschiedene Rabatte auf Bundles in-Game gibt, basiert darauf, wie hoch euer Skill ist, wie viel Spielzeit ihr habt und wie viel COD-Points ihr auf eurem Konto habt. Und wenn ihr jetzt glaubt, das hat er sich ausgedacht, ich habe mehr als nur ausreichend Beweise, um euch das 1 zu 1 zu zeigen, das ist aber ein separates Video, morgen, versprochen. Ich weiß nicht ganz, was ich sagen soll. Lasst mir gerne eure Kommentare da zum Thema SM Square, ich bin sehr enttäuscht darüber, ich finde es super schade. Wenn ihr das Video seht, werde ich live sein auf Twitch, wir werden heute für eine Zuschauerin Tarnung erspielen, das ist so ein Community-Abend heute. Wenn ihr Fragen zum Thema SM Square habt, dann kommt gerne zu Twitch, ich werde versuchen, euch die zu beantworten, so viel ich kann, aber letzten Endes, das Projekt ist gestorben, bevor es jemals das Licht des Tages entdeckt hat. Ich finde es schade, die haben viel Zeit und Geld und sonst was investiert. Activision ist wirklich eine der schlimmsten Firmen, die es auf der Welt gibt. Und wir reden Konkurrenten zu Nestle und wie sie alle heißen. Lasst ein Like da, Leute, lasst ein Abo da, ich bin raus. Und wir reden Konkurrenten zu sehen.